Ich sage, wir gehen mal rein, schauen uns den Cadillac mal an. 1978, ne? Man kann vergleichen, als wäre das S-Class heutzutage. Genau. Hier haben wir auch die Papiere, das heißt, alles, was du für eine Zulassung brauchst, von unserer Seite aus, hast du hier. Herzlich willkommen beim Oldtimer-Zentrum Berlin. Es ist 7 Uhr morgens, wir sind kurz vor Bremen, fahren jetzt zu CFR Rinkens, holen ein Auto ab. Der Mati hat sich bei uns gemeldet und wollte, dass wir ihn sein Traumauto besorgen. Ich dachte, wir nehmen einfach mal die Kamera mit, zeigen euch mal so, wie das so ein bisschen abläuft bei uns mit diesen sogenannten Prepaid-Geschäften. Das können wir dann anhand eines Beispiels euch nochmal gut erläutern. Es ist saukalt und ich würde sagen, wir setzen uns sofort wieder ins Auto und machen uns auf den Weg. Hier, wollen wir mal Mati anrufen und gucken, ob der denn überhaupt geschlafen hat die Nacht. Wahrscheinlich ist es nicht so gut gelaufen. Dann probieren wir es gleich nochmal. Hallo Mati. Hi, Patrick. Na, alles gut? Ja, muss. Und bei dir? Wir sind auf dem Weg, wir brauchen noch ungefähr eine halbe Stunde, dann sind wir auch da. Alles klar. Super. Gut, okay, dann bis gleich. Bis gleich. Wollen wir mal sehen, wie aufgeregt er dann ist, wenn er sein Auto sieht. Jetzt hat er ein bisschen warten müssen, aber ich denke mal, das hat sich am Ende auf jeden Fall gelohnt. Ich bin selbst auch gespannt, weil ich habe das Auto auch noch nicht gesehen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es ein bisschen schmutziger sein soll aufgrund des Transports. Aber ja, folgt den Rest, wenn wir dann sehen, wenn wir vor Ort sind. Hi. Na, alles klar? Wo ist denn selbst? Ja, wie war die Anreise? Gut. Ich muss sagen, wir gehen rein, wir müssen uns eh nochmal anmelden. Die Belange Wartezeit ist schon zu Ende. Endlich mal nach 15 Wochen. Ich habe den nur auf Bildern gesehen und ein kleines Video, was Patrick auch geschickt hat am Anfang. Und jetzt sehe ich den. Endlich mal. Ja gut, erstmal soweit fertig machen. Komplett aufbereiten, Inspektion machen und dann anmelden und bis Sommer warten. Ich sage, wir gehen mal rein, schauen uns den Cadillac mal an. Mathieu ist vor wann? Drei Monate auf mich zugekommen, glaube ich? Ja. Dreieinhalb Monaten? Ja, sogar. Vier Monate? Vier Monate sein will. Vier Monate. Durch die Videos. Durch die Videos, okay. Durch die Videos, ja. Also haben die Videos genau ihren Zweck erfüllt. Ihr müsst dazu wissen, Mathieu ist einer von diesen speziellen Kunden, die, wie oft haben wir ein Auto verpasst? Drei Mal oder so? Wo du eine Nacht drüber schlafen musst? Vier Mal, ja. Vier Mal? Er ist so ein Paradebeispiel dafür, dass man manchmal bei guten Deals halt wirklich schnell zuschlagen sollte. Warum muss ich nicht lange überlegen, sage ich mal so. Wenn man, genau, also es ist natürlich so, manchmal brauchst du ein gutes Bauchgefühl und dann musst du auch mal eine Nacht drüber schlafen, das ist vollkommen normal. Aber irgendwann bei so richtig guten Deals musst du halt auch wirklich den Moment erkennen und auch zuschlagen. So war es dann bei dem hier. Den habe ich dir, glaube ich, vorgestellt am Morgen. Ja. Weil der abends online gekommen ist. Genau. Und dann haben wir am selben Tag noch einen Scout losgeschickt. Und am selben Abend hast du dann zugeschlagen. Genau. Da haben wir dann den Deal festgemacht. Weil dann hat er endlich gemerkt, okay, wenn ich jetzt nochmal drüber in der Nacht drüber schlafe, ist das Auto wieder weg, weil das war ein echt guter Deal. Wenn ich mir das Auto jetzt so im Gesamten mal anschaue, finde ich, macht der echt einen guten Eindruck. Also auch, obwohl es ein Ami ist, finde ich, sind die Spaltmaße wirklich akzeptabel. Wir dürfen, wie gesagt, nicht vergessen, wir reden hier von 1978, was natürlich schon ein paar Tage alt ist. Setz dich mal rein. Ich meine, am Ende des Tages ist das ja natürlich dein Auto. Aber das Auto ist ja echt super gemütlich und auch die Armaturen und so sehen mega aus, ne? Schaut euch ein hartes Himmel an. Kein Geschädigung, gar nichts. Krass, ne? Warte, ich komme mal von der anderen Seite rüber. Also, der sieht super aus, ne? Auch Armaturen, normalerweise haben wir bei Autos aus Kalifornien immer kaputte Armaturenbretter. Aber das Ding wird auch zu ganz großer Wahrscheinlichkeit ein Garagenfahrzeug gewesen sein, ne? Cadillacs in den 70ern, 80ern, das waren ja nur noch alte Menschen, so wohlhabende Menschen, die sich sowas gekauft haben. Junge Leute sind sowas ja nicht gefahren. Das heißt, das wird ein Opi vielleicht gewesen sein, der das Auto einfach gepflegt hat. Man muss überlegen, das war damals Luxusauto. Ja, ja, genau. Also, ich meine, auch mit der Ausstattung in dem allen. Man kann vergleichen, als wäre das S-Klasse heutzutage. Genau, genau. Also, das ist so die amerikanische Luxusklasse, wie wir das auch kennen. Ich meine, wenn du das jetzt so beurteilen kannst, was würdest du sagen? Ist das Auto so, wie wir es dir versprochen haben? Ja, ganz genau. Oder? Weil das ist ja natürlich auch wichtig bei dieser, nur um das nochmal erklärt zu haben, das ist ja ein Prepaid-Geschäft, was wir beide jetzt gemacht haben. So, das heißt, für die, die das raus sind, das sie vielleicht noch nicht gesehen haben, der Kunde kommt auf uns zu, will ein Auto haben, wir finden es für ihn. Er bezahlt das Auto, wir importieren es für ihn. Dabei ist bei diesem Geschäft natürlich besonders wichtig, dass man ein Vertrauen zueinander hat. Und es ist natürlich sehr wichtig, dass man die Autos auch wirklich so beschreibt, wie sie sind. Das haben wir, denke ich mal, hier ganz gut gemacht. Und das ist ein gutes Beispiel, was halt auch zeigt, wie wir da detailliert rangehen und auch wirklich versuchen, alle Informationen, die wir kriegen, auch vorab mit dem Kunden mitzuteilen. Und was ich auch cool fand, mit den Videos? Wie viele Bilder hast du von uns bekommen? Ich glaube, 80 Stück oder so? Oder so? Dazu noch Videos, ob da irgendwas klappt oder so. Genau, genau. Und dann haben wir einmal von außen. Genau, genau. Ich würde sagen, nimm mal den Schlüssel und wir gucken mal in den Kofferraum rein. Und erst mal unter der Motorhaube, würde ich mal sagen. Dann macht die Motorhaube auf, natürlich. So, Motorhaube wiegt locker 50 Kilo, gefühlt. Jetzt schauen wir mal hier so ein bisschen Ölfeucht. Kühler ist trocken. Hier sieht das alles schön aus. So, aber die Bleche hier sehen auch super aus. Hier ist er trockener als auf der anderen Seite. Lenkgetriebe ist trocken. Servopumpe ist trocken. Ich würde dir empfehlen, dass du auf jeden Fall alle Öle nochmal prüfst und alle Serviceintervalle. Weil, wenn der so trocken ist, ist es schon fast ungewöhnlich. Normalerweise lecken die immer irgendwo. Achso, der hat eine Servo-Schließung. Genau, Softclose. Überleg mal, 1978 hatte der Softclose. Und was wir nämlich sehen, und darauf wollte ich nämlich hinaus, sind alte, originale Unterlagen. Und noch ein zweiter Satz Schlüssel. Ein paar Rechnungen. Hier haben wir eine Kopie vom alten Title. Öl wurde gemacht. Klima wurde gemacht. Batterie wurde gemacht. Also die sind ja auch ellenlang dick, die Dinger hier. Hier wurde ein neuer Auspuff installiert. Und von 2008, gut, ist das auch nicht mehr so neu. Auf Bildern hat er wirklich die neue ausgesehen. Ja, ich glaube, der wurde halt auch wirklich nicht viel gefahren. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen... Ja, ja. Also wir haben auf jeden Fall hier noch einiges an Dokumenten. Das ist ja für Liebhaber immer super. Und auch für Neuliebhaber. Willst du mal verraten, welcher Jahrgang du bist? 98. 98. So, Leute, das heißt, die Message, die ich da rausbringen will, greift genau in diesem Moment, wo ich Kunden habe, die Jahrgang 98 sind. Wir versuchen natürlich, diese Mentalität und diese Liebe zu den Oldtimern auch an die nächsten Generationen weiterzutragen. Ich finde, für einen Einstieg hast du dir so eine richtig dicke Kugel geleistet. Also das ist so eine Standardparkgarage. Könnte vielleicht noch passen. Passes rein. Passt schon? Ah, hast du ja schon geguckt? Ja, ja. Okay. Okay, so, also für ein erstes Auto kann man mal machen, würde ich sagen. So, mal gucken, ob das soft losgeht. Das ist ja spannend zu sehen. Achtung. 1978, ne? Krass. Das ist geil. Das ist eine Temperaturanzeige. Krass, Alter. Guck dir das mal an. Guck mal, der hat im Spiegel eine Temperaturanzeige. Wie krass ist das denn? Und wie erinnert von 1978? Du musst erst mal auf die Idee kommen, dass du sagst, ey, wir bauen jetzt die Temperaturanzeige unter den Spiegel, weil dort guckst du ab und zu hin und du würdest gerne wissen, wie die Außentemperatur ist. Und vor allem, der scheint ja auch zu funktionieren, ne? Ja, das ist ja. 60 Grad, ja. Das haut hin. Ich brauche auch die Kopfstütze hier, ne? Ist die manuell, ja, ne? Die kann man bestellen, ja. Also eine Reinigung braucht er, da brauchst du auf jeden Fall einen guten Aufbereiter, der einfach mal das Ding richtig... Ich bin ja aufbereiter. Du machst auch Aufbereitung? Ja, super. Dann weißt du ja besser wie ich, wie das... Ich kann mal sagen. Ja, ja, genau. Ja, okay, dann muss ich ja nichts erzählen, ne? Machst du auch eine Versiegelung dann, oder? Ja, Keramikversiegelung. Ah, okay, cool. Also das heißt, dann kannst du mit dem Wasser rüber und dann trepelt das. Ja, ja, mega. Also drei Schichten Keramikversiegelung und auf Lederdach kommt ja Aufversiegelung drauf. Was ich noch gerne sehen wollte, weil ich das hier gerade... Also der hat einen ganz, ganz leichten, irgendwann mal einen Bordstein mitgenommen, ganz leicht. Aber die sehen sonst so geil aus, die Radkappen, ne? Das Ding ist ja, man muss diese Full-Size-Copies mögen, ne? Das ist sicherlich ein bestimmter Kundenkreis, das mag nicht jeder. Manche wollen lieber ein Muscle Car oder irgendwas, was spritzig ist. Viele gibt es davon sicherlich nicht, in dem Zustand, muss ich dir ehrlich sagen, sowieso nicht. Und, ihr wisst ja, ich rede ja nie über Preise, weil ich finde, es gibt so ein paar Dinge, die gehen euch da draußen nichts an. Aber, wenn wir in Prozenten sprechen, würde ich sagen, vom Zustand her, hast du was? Bestimmt 30 Prozent gegenüber dem nächsten Angebot in Deutschland gespart? Kann man 30 Prozent sagen? Wenn nicht mehr. Okay, also ich hätte jetzt vielleicht 30 gesagt, wenn es vielleicht 35 Prozent sind. Aber zumindest hast du einen Preisvorteil. Das einzige Negative war halt, du musstest warten, ne? Was in deinem Fall sehr schlimmer, weil du ja wirklich sehr ungeduldig warst und auch es gar nicht erwarten konntest. Aber es war in Ordnung, ne? Ich meine, es ist, du weißt... Es ist endlich da. Ja, genau. Wollen wir mal gucken, ob der startet? Ja. Dann setz dich rein und dann schauen wir mal, was passiert. Batterie ist zu schwach. Batterie? Ja. So, dann machen wir die Haube nochmal auf. So. Wir haben Licht. Licht. Läuft. Also auch nach drei, vier Monaten sofort angesprungen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Leute, die mit Oldtimern zu tun haben, besonders mit Amis, wissen ganz genau, wovon ich spreche. Mega. Also, ja, 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 ja. Wir lassen ihn jetzt gleich laufen. Du kannst ihn aber wahrscheinlich auch gleich rausfahren. Nee, also ich finde, der ist echt schick und vor allem ist das genau das, was du haben wolltest. Genau. Jetzt nochmal ganz kurz, wie war es für dich, als es darum ging, dass du das Geld an jemanden überweisen musstest, den du in deinem Leben noch nie gesehen hast? Ja, das war, sag ich mal, schwierig. Man hat sich dann überlegt, wovon weiss ich denn Geld. Ich kenne, sag ich mal, den Mann nicht. Genau. Und weil so viel Geld, sag ich mal. Ja, ja, klar, natürlich. Was mache ich da? Ja. Aber dadurch, dass ich dein Video gesehen habe und auf Instagram, das ich jetzt eigentlich noch gefolgt habe, dachte ich mir, ich mache da gar nichts falsch. Ich denke, ein Schlüssel zum Erfolg ist halt, dass wir sehr transparent sind. Das heißt also, wir kommunizieren sehr offen und ehrlich. Du hast, glaube ich, jedes Mal, wenn das Auto abgeholt wurde, wenn es verladen war, wenn es... Ich habe alles mitbekommen. Genau. Genau. Du wusstest immer, wo das Auto ist. Genau. Du hast mich ja dann noch angerufen und meintest, ey Patrick, wie sieht es aus? Das Schiff ist schon angekommen. Wo ist das Auto? Also wir versuchen eben diese Eventualitäten von möglichen Unbekannten vorab schon irgendwie zu eliminieren und auszumerzen. Deswegen halt so viele Bilder, deswegen so viele Videos, auch so viele Gespräche. Ich glaube, wir haben was, also insgesamt haben wir 40, 50 Mal telefoniert oder so. Nicht mehr sogar. So, aber das war ja wichtig, damit du ein gutes Gefühl hast. Das war uns wichtig, damit er auch ruhig schlafen kann. Und das war ja eben so der wichtige Punkt. Hier haben wir auch die Papiere. Das heißt, wir haben hier den Title dabei. Das Klimamittel wurde rausgelassen, weil das R12 ist. Das muss in der EU raus sein. Hier sind natürlich auch die Steuern, die gezahlt worden sind, den abschließenden Steuerbescheid gestempelt. So, das heißt, alles, was du für eine Zulassung brauchst von unserer Seite aus, hast du hier. Das ist deins. Du musst jetzt nur noch die Vollabnahme machen. Ich vermute mal, erfahrungsgemäß muss man immer die Reifen machen, weil sie entweder keine E-Prüfzeichen haben oder porös sind. Querlenker und Stahlbebuchsen, solche Sachen, solltest du dir auch nochmal durchchecken. Das hast du dir schon gemacht. Der Typ weiß mehr wie ich und ich habe ihm das Auto verkauft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Jahr, wenn du dein neues Auto bei uns bestellst. Bestimmt. Alles klar, danke dir erstmal. Wenn ihr ein Auto sucht, egal ob es ein Cadillac ist, ein Chevy, eine Corvette, meldet euch bei uns. Auch für euch werden wir das richtige Auto finden. Mit ein bisschen Zeit und viel Geduld ist alles möglich. Ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst uns einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.